Sehr gut. Einfach schieben und ziehen. Immer einen Wechsel. Schieben und ziehen, Jakob. Versuch deine Arme in die Mitte zu kriegen. Und jetzt benutze deinen Arm und seinen Arm hochzuheben. Hoch, 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 hoch. Mach das rund und dreh dich zu ihm. Dreh dich zu ihm. Jawohl, Rahmen bilden. Jetzt schrimpen und bring dein rechtes Knie rein. Jawohl, nochmal. Einfach immer weiter versuchen. Jawohl, jawohl. Schieb sein Kinn. Okay. Versuch deine Hand an sein Kinn zu bringen. Und drück sein Gesicht weg von dir. Achtung. Dreh dich auf den Ellbogen. Dreh dich auf den Ellbogen. Jawohl, weiter. Wieder auf den Ellbogen drehen. Du musst deine rechte Hand befreien. Und jetzt leg dich auf den Ellbogen. Ja, okay. Ja, gut, gut. Jawohl, jawohl. Sehr schön. Hoch, hoch, hoch. Jetzt. Okay, nicht festklammern, sondern immer bereit ist abzustützen. Jawohl. Jawohl. Versuch, ein Neon Belly zu machen. Genau. Kontrollier sein Knie und bring dein Knie auf seinen Bauch. Stabil, stabil. Jawohl. Jetzt. Klammer nicht fest. Bring deine Hände zur Seite. Jakob, bring seine Hände zur Seite. Nicht fest an seinen Kopf klammern. Genau. Benutzt deine Arme, um dich abzustützen. Bleib stabil. Komm, Alex. Komm, Alex. Komm, Alex. Nicht festklammern. Nicht festklammern. Du führst noch, aber versuch ihn zu sweepen. Fast zwei Minuten. Zieh seine Hand weg von deiner Hüfte. Greif seine Hand mit beiden Händen und zieh weg von deiner Hüfte. Jawohl. Ruhig arbeiten. Versuch, ein Arm und ein Bein auf einer Seite zu blockieren. Und dann in die Richtung drehen. Ganz ruhig arbeiten. Du führst noch. Du hast eine Minute. Genau. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt Kragen greifen und ziehen runter. Jawohl. Du kannst weg von deiner Hüfte ziehen und dann runter. Jawohl. Sehr schön. Jetzt Umpersweep. Komm nach vorne. Okay. Du hast noch 30 Sekunden. Genau. Ellbogen eng. Ellbogen eng. Ellbogen eng. Du hast 20 Sekunden. 15 Sekunden. Ja. Zieh ihn runter mit den Händen. Jawohl. Zieh runter. Bring deinen Ellbogen zum Boden. Bring deinen Ellbogen zum Boden. Und Zeit. Sehr gut! Sehr gut! Vielen Dank.